Ein riesiger Asteroid-Rast auf uns zu. Uns bleibt nicht viel Zeit, eine Probe von dem seltenen, glitzernden Edelmetall zu nehmen, über das wir schon die ganze Zeit, während wir auf diesem Planeten sind, hinwegschreiten. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Exogate Initiative, der Pleite-Hightech-Firma, die bald wieder ohne Geld durch die Welt des Weltalls reisen wird mit dem Stargate. Ich bin der Pleitegeier. Jawohl, wir sind im Minus. Es funktioniert wieder, es geht wieder bergab. Und warum? Weil meine Experten hier, meine Wissenschaftler nichts mitnehmen, wenn sie zu fremden Welten aufbrechen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Man kennt es. Ein Forscher bricht auf zu fremden Welten. Was bringt damit? Mit nichts! Mit leeren Händen kehrt er zurück. Hier gibt es mehr nichts als in der unendlichen Geschichte, meine lieben Freunde, in dieser Welt. Kleine Anmerkung an der Stelle, meine lieben Freunde. Diese Aufnahme hier fand noch statt, bevor das Balancing-Update rausgekommen ist. Im nächsten Neustart, beim nächsten Durchlauf, der ja nach dieser Episode sehr wahrscheinlich dann passieren wird, werde ich dann noch einmal im neuen Update neu starten mit den Änderungen und das Ganze mal auf Herz und Niere prüfen, ob es dann immer noch so schwer ist, an Geld zu kommen. Da wurde ja jetzt mittlerweile einiges gepatcht. Zum Beispiel, dass man auch bei den Planeten mehr Auswahl hat, um an Proben zu kommen und solche Sachen. Das ist halt Balancing-mäßig, dass man ein bisschen besser an Geld kommt, dass es nicht ganz so schwer ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf und jetzt schauen wir mal, wie das hier so eskaliert jetzt. Und dann müssten wir eigentlich erstmal in der Lage sein, überhaupt die Kampagne zu starten. Genau, 10 Tage läuft das jetzt und wir haben jetzt noch immerhin 15.000 auf dem Konto noch übrig. Wir machen 5.000 minus, das heißt in drei Zyklen, Quartalen, was auch immer, ist das Geld alle. Wenn ihr das hier feiert, dass es komplett eskaliert und das Geld komplett über den Jordan geht, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass ich schon wieder ausraste hier. Weil die Leute auch immer irgendwie total komische Sachen machen hier in meinen Teams. Ich muss die schon wieder losschicken, ich muss die schon wieder losschicken. Ich kann gar nicht so lange rumtingeltangeln, wir haben keine Zeit zum Tingeltangeln. Hier, wir müssen verbinden, verbinden, alles verbinden und wir müssen einsetzen, einsetzen. Alles einsetzen, alles auf Rot. Starten, starten, starten und hier auch nochmal verlinken. Zackel die Bab und neuer Einsatz und Team 2, alle rein, alle rein, alles rein. War da jetzt eigentlich noch ein Angriff, hat er gesagt, irgendwie? Ne, ich glaube nicht, oder? Er kommt aber bestimmt gleich, wenn die alle durchs Gate sind, pass auf. Aber wir haben noch ein Patent bekommen, glaube ich, warte mal. Ist das gerade richtig gesehen? Warte mal. Ah, ja, hier, Energiequellen. Ja, 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 ja. 3000, um Gottes Willen, unbedingt entwickeln. Noch irgendwas? Ne, leider, abgesehen davon, leider nichts. Okay. Ein Energiequellenpatent. Das wird uns ein bisschen, das Ganze hoffentlich ein bisschen abfedern, den Verlust. Du brauchst aber mindestens 100.000 für die Maschinen zur Rohstoffverarbeitung. Das ist ja unglaublich. Wir haben beim letzten Mal auch ein Alien-Artefakt gefunden, das liegt hier im Flur. Weil wir noch keine Anlage haben, wo wir das verarbeiten können, also wo wir das analysieren können. Meine Jüte nochmal, wie die Bots aber auch ihre Arbeit nicht fertig machen. Ey, ich raste aus. Ich kriege Splack hier schon wieder. Den Wissenschaftler scheinen die Hosentaschen zugenäht zu sein, deswegen können sie sich keine Probe erstellen. Die haben ja diese Behälter eigentlich zum Proben mitnehmen. Aber was weiß ich? Keine Ahnung. Die sind halt irgendwie alle Banane. Keine Ahnung. Meine Wissenschaftler sind alle Banane. Banane, 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 Banane. Ich werde auch gleich Banane. Vielleicht bin ich auch einfach zu langsam mit den Patenten. Keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht. Es gibt halt einfach, so in dieser Phase gibt es einfach auch so einen Moment, wo einfach so gut wie nichts reinkommt. Also wo einfach auch kein Patent irgendwie mal gefunden wird. Oder irgendwas halt. So, hier mache ich jetzt diese Bibliothek. Genau. Wie viel Geld brauche ich denn da? 25.000! Das habe ich nicht. 15.000 habe ich noch. Aber dann habe ich kein Geld mehr für die Geräte. Dann kann ich das jetzt schon mal knicken direkt. Kann ich schon mal direkt knicken. Wird nichts. Kein Geld. Ich könnte natürlich Dinge verkaufen. Wir haben ja eh nicht so viele Proben. Warte mal, wir können mal hier diese Probenbehälter eigentlich mal verkaufen. Ich meine, wir brauchen eh nicht so viele. Wir kriegen eh nicht so viele Proben. Pass auf. Und jetzt finde ich bestimmt 6 Proben. Bestimmt kommen jetzt 6 Proben bei den Expeditionen raus. Okay, eine immerhin schon mal. Eine. Es müsste eigentlich jeder immer was dabei haben normalerweise. Bellingzing scheint eher nicht zu passen. Ja, eben. Ja, eben. Itselfinch analysierte Proben. Und Bear Gator 2 ist noch auf Einsatz. Zwei Tage noch. Können wir noch jemanden irgendwo hinschicken? Da können wir nicht hin. Was ist das? Da können wir auch nicht hin. Da können wir auch nicht hin. Giftiger Nebel. Da gibt es eh jetzt. Können wir auch nicht hin. Da können wir noch hin. Dann haben wir aber keinen Strom. Oh Gott. Ja, apropos. Ich muss Strom bauen noch. Stromo Arigato. Moment. Äh. Baba. Moment. Haben wir überhaupt noch Platz hier irgendwo? Nee. Können wir hier noch einen hin? Hier mal hier noch. Nee. Ja. Warte mal. Verkauf mal den hier. Oh Gott. Scheiße. Das war ja nicht gut, glaube ich. Äh. Mach mal da einen hin noch. Einen guten. Das können wir uns gerade noch leisten. Nicht, dass dann... Yes. Noch eine Probe. Nice. Sag mal. Kann das sein, dass vielleicht auch die Soldaten und die Ärzte einfach auch keine Proben mitnehmen können? Dass vielleicht immer nur die Wissenschaftler eine Probe mitnehmen können? In 10 Tagen beginnt eine Invasion. Okay. Hervorragend. Da dürfen wir jetzt keine... Keine, äh. Leute losschicken direkt. So. Haben sie jetzt alles analysiert? Natürlich kriegen wir auch, wenn wir mal was kriegen, nur kommen Proben. Weißt du? Auch so geil, ey. Aber immerhin Wachstumsschübe kommen. Dann haben wir immerhin zwei. Da können wir immerhin schon mal einen Viertausender machen. Ja, ja. Ist nicht so einfach. Ich sag's euch. Das ist plausibel. Also müssen wir die Teams vielleicht einfach anders zusammenstellen. Wir müssen vielleicht einfach besser nochmal schauen. Oder ich muss schauen, wenn ich einen Einsatz starte. Was ist das für ein Planet und was kann man da finden? Wenn es Forschung ist, dann lieber eher mehr Wissenschaftler mitschicken vielleicht. Wenn es andere Sachen sind, Alien-Artefakte oder irgendwelche Ereignisse, dann vielleicht eher die Typen anders zusammenstellen vielleicht. Aber das Problem ist eben, du brauchst eben auch... Du weißt ja nicht genau, was für ein Ereignis kommt. Du brauchst halt für manche Ereignisse auch einfach Spezialisten im Team. Und das ist halt dann Zufall, ob du den richtigen dabei hast oder nicht. Weil das Problem ist halt, du kannst immer nur drei Leute mitnehmen. Oh, äh, ich sollte mal den Ingenieur einstellen, ne? Hannah McDonald. Palabalim. Naja, immerhin haben wir jetzt schon mal einen Ingenieur. Und es steht wieder nur ein Soldat da. Die anderen chillen wieder und machen irgendwas. Ey, es ist echt nicht euer Ernst. Die schlafen echt alle grad. Die schlafen grad alle. Vor der Invasion. Ah, okay, sie wachen jetzt aber auf. Naja, wenn sie jetzt sich da alle hinstellen, dann... Niadira wird dann wahrscheinlich genau dann... Wenn der Angriff kommt, wird sie wahrscheinlich dann direkt schlafen gehen nochmal. Ich bin mal gespannt. Stell MacGyver ein, der kann alles. Ja, schnell aufstehen, komm! Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö stehen da wie viele stehen da drei leute stehen da hervorragend na wie viele kommen durch drei gegner ok er zockt kommt auch noch dazu wäre schön wenn er sich beeilen würde noch ok einer tot und einer ist durchgelaufen wieder war ok das geht aber alles noch und er zockt bleibt einfach stehen hervorragend er schießt ihn jawohl ok gut aber die soldaten leveln so wenigstens ganz gut immerhin 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 naja gut dann haben wir das jetzt wenigstens wieder überstanden ok wie viele sind jetzt verletzt dayrader ist verletzt niadira ist verletzt ne moment werden es nicht dayrader das ist zackbrek dann schicken wir jetzt direkt mal el zock und atensic warte mal welche teams war das ich vergesse das auch immer atensic ist blau team blau und el zock ist gar nicht in dem team drin ok alles klar dann schickt man team blau jetzt noch mal wohin wenn das denn geht wir haben jetzt wieder 500 strom gucken wir hier können wir nämlich verlinken und dann schickt man team blau jetzt mal gleich dahin neuer einsatz starten genau wir müssen patente holen patente 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 du hast die eindringen da müsste es halt auch irgendwie eine belohnung geben da müsste das komitee sagen du hast erfolgreich eine bedrohung der menschheit abgewährt und wir geben dir jetzt dafür irgendwie mal einen bonus oder so irgendwie mal 10.000 wenigstens keine ahnung dass man da mal irgendwie mal ich meine die müssen ja auch sehen dass man dann finanzbedarf hat weil aliens angreifen irgendwie das ist schon ein gewisser finanzbedarf der daraus entsteht da müssten sie einem eigentlich mal eine kleine finanzspritze mal zukommen lassen finde ich so die abwehr finanzieren zum beispiel man da versagt mir direkt die stimme so regt mich gerade schon wieder auf wir sind aber nur minus 1450 das muss man erst mal nachmachen ich schramme hier voll an der eskalation vorbei wir sind auf planetete von allen planeten auf denen früher einmal leben angesiedelt hatte ist dies ja mit abstand lebloseste ja dann bring halt steine mit verdammt hat eine apokalypse stattgefunden das wäre zu dramatisch ausgedrückt wir finden spuren von mikrobionischen lebewesen einzeln wie amöben mitnehmen aber jede einzelne probe die wir bisher untersucht haben zeigt dass dem früheren leben nun ja das leben genommen wurde mitnehmen das war kein krieg keine erschießung sondern entschuldige die gruselige formulierung ein langsames qualvolles ersticken mitnehmen gibt es wissenschaftliche erklärungen mir fällt nichts ein sehr wissenschaftlich hier gibt es eine wissenschaftliche erklärung für das phänomen mir fällt nichts ein dann los am horizont scheint irgendwas aufzuragen wir können es aber von hier aus nicht genau erkennen wir gehen in die richtung und melden uns naja dann zack zack das patent ist ausgelaufen das patent ist auch es sind gerade vier patente ausgelaufen das kann ja was werden wir sind an dem objekt angelangt das wir vorhin erwähnt haben es handelt sich um einen baum ich dachte alles leben auf dem planeten ist ausgelöscht worden ist es auch mit ausnahme des baums das gefällt mir nicht zerstört den baum waffel verwenden lasst ihn in ruhe gute entscheidung irgendwas stimmt hier nicht ich habe ein mieses gefühl dieser baum ist fehl am platz ich glaube nicht dass es sich um ein einheimisches gewächs handelt er ist bestimmt nicht mit friedlicher absicht hier höchst beruhigend verlasst diesen ort erkundung fortsetzen die bringen doch bestimmt wieder nichts mit und warum liegen die hier eigentlich immer noch da im bett alter dies nicht mal zur hälfte geheilt hier sagt die auch nicht das dauert doch viel zu lange das dauert viel zu lange in der zeit kannst du die teams überhaupt nicht einsetzen ich war gut ich kann moment ich kann die teams ja auch neu durchmischen warte mal ich kann die teams neu durchmischen ich kann ja sagen äh moment atensik ist ja hier dabei warte mal wen haben wir denn hier hier äh niadira nehmen wir jetzt mal aus dem team raus und el zock den nehmen wir rein ins grüne team so jetzt ist der ja wieder jetzt ist das team nämlich wieder einsatzbereit und dann können wir das team nämlich gleich mal wohin schicken wenn überhaupt noch irgendwo was geht ich glaube da geht auch gar nichts mehr mittlerweile warte mal wir haben wir haben schon einfach wir haben die grenze des machbaren schon erreicht es ist kein kein planet mehr hier noch neuer einsatz so das war jetzt team grün genau ich glaube das war es tatsächlich schon ohne witz das war es tatsächlich schon wieder weil wir haben schon wieder nicht genug planeten die wir jetzt bereisen können selbst wenn wir die teams jetzt alle los schicken wegen deinen aufträgen die zeigt ist nur im tutorial an und im freien spiel nicht ja das haben wir schon geklärt vorhin tatsächlich naja jetzt sind wir die medikamente ausgegangen warum auch immer wer fehlten da schon wieder äh ok wir haben eine probe gekriegt immerhin diese fröhliche musik oh man oh man oh man schickt mehr wissenschaftler raus ergibt mehr proben ich würde auch sagen beim nächsten mal müssen wir einfach das wieder so machen dass wir einfach nur wissenschaftler rausschicken am besten geht halt nicht anders weil sonst kriegen wir die proben einfach nicht die wir brauchen ich vermute schon dass das daran liegt dass die wissenschaftler nur proben nehmen können und die anderen nicht die ärzte und die soldaten können das einfach nicht und es war jetzt bisher auch nicht so dass die soldaten jetzt viel gerissen haben fand ich also die haben jetzt nicht viel unterschied gemacht bei den meisten multiple choice fragen es war im gegenteil eher so wieder nur eine kommen probe ach man er weiß ja da kommen auch immer nur so billo sachen raus hier neues patent warum denn immer auch nur so billo proben hier mach es ja wir brauchen geld wir können ja nicht neu starten es läuft schon wieder so auf so ein langsames siechtum gerade hinaus wieder dahin schicken ich kann die nicht zweimal an den selben ort schicken das geht nicht ich kann das nicht es geht leider nicht warum auch immer es ist völlig schwachsinnig aber es ist nun mal leider so ich kann sie nicht an den selben ort schicken aber ich kann zumindest mal hier diese diese ausrufezeichen missionen könnte ich tatsächlich mal noch machen hier die günstigen machen wir mal direkt wer geld da eins schicken wir mal hin artensik war ja noch genau die ging ja was psychische gesundheit von artensik ja dann warte halt mit denen sollen sie halt ah ok sie spielt halt ok gut psychische gesundheit warte mal kann das sein dass wir schon wieder hier einen zuweisen müssen der das macht gestresst gestresst neustart ich glaube ah moment jetzt haben wir hier noch ein ding wir sind schon wieder auf squarbs gestoßen wir haben ein geschicktes versteck auf einem kamm gefunden von dem aus wir das ganze tal überblicken können dort unten sind tausende kalmare sie scheinen sich zu versammeln vielleicht ist das die verstärkung für einen für die anderen die bereits in unsere basis eingefallen sind na toll ist das ihr heimatplanet ist es eine invasionsarmee ihr müsst sie aufhalten ich weiß aber mit derart vielen angreifern würden wir auf der basis garantiert nicht fertig die armee da unten im tal stellt ein risiko für die gesamte menschheit dar es sei denn die kalmare kämpfen an mehreren fronten und wollen auch noch andere spezies angreifen ich benachrichtige herrn kopp wir haben einen squarbs erspäht der dreimal so groß ist wie die anderen und dreimal so hässlich er erteilt den anderen befehle und scheint so was wie ihr kriegsherr zu sein wenn ihr den anführer tötet fällt die invasion ins wasser oder das könnte funktionieren soldat braucht man dazu es ist zu riskant kehrt wir probieren es einfach die chance besteht wir werden allerdings einiges an feuerkraft brauchen ich bringe mich in position ok um ist daneben er hat uns gesehen er schickt die drohnen aus ich öffne auf der stelle das geht wir kommen die drohnen schwärmen aus und fliegen die talflanke hinauf keine ahnung ob wir wieder herauskommen schafft ihr es ich fürchte wir haben die biester so richtig auf die palme gebracht feuer zu eröffnen war wohl nicht die allerglückste idee au eins von den biestern hat mein bein erwischt versorgt dein bein schnell bin schon dabei rein ins gate ok sie haben es immerhin ins gate reingeschafft nicht schlecht ah das komitee das komitee jetzt wäre es ja mal geil wenn sie mir mal ein bisschen geld geben würden das wäre ja mal eine super geschichte wenn die sache mit der squab invasion an die öffentlichkeit gelangt flutschen unsere aktien schneller in den keller als nicht ich habe aktien seit wann das denn warum weiß ich davon nichts warum warum machen wir keine kapitalerhöhung um einfach geld zu bekommen das wäre das einfachste wenn es irgendetwas gibt wodurch die eindringlinge aufzuhalten sind ganz egal was dann gib bescheid du hast vollste unterstützung nur das geld werden wir nicht demontieren das war zu teuer daher schick weiter deine gator teams ins all finde den anführer der squabs und töte ihn ja nichts leichter als das wäre mal geil wenn ich dafür geld kriegen würde verdammt noch mal jetzt sollt ihr doch dass ich hier krieg führe mit 12.000 auf dem konto genau du nicht die shareholder im komitee aber ja das funktioniert so aber nicht die firma hat eigentlich normalerweise die kontrolle darüber was mit den aktien passiert und was nicht und die muss eigentlich wenn das geld knapp wird kapitalerhöhung machen können damit sie sich mit frischem kapital versorgen kann wenn es eng wird sonst ist nämlich ende mit betrieb und dann haben die shareholder nämlich auch nichts mehr davon oder zumindest einen kredit aufnehmen können muss man irgendwie muss man sich mit kapital versorgen können als tech firma das kann nicht sein dass das nicht geht das ist so bescheuert wenn das eine aktienfirma ist das noch doppelt bescheuert dass sie das nicht machen naja egal jetzt sind ja wieder welche kaputt die müssen wieder geheilt werden haben sie jetzt wenigstens mal das eine patent was ich noch in auftrag gegeben habe mal gemacht jetzt nicht begonnen ganz toll ist ja so wir haben ja ewig zeit ne wir können ja uns zeit lassen damit überhaupt kein problem ja gut sagt black ist fast wieder am start mir hat ira so halb und beatus ist oder so semi halt wo ist jetzt heil sie kommen also ich finde diese medikamente auch so nutzlos irgendwie ich weiß auch nicht das dauert einfach viel zu lange man da hat auch irgendwie einer geschrieben von wegen wie er immer die hinweise zur invasion ignoriert ja weil das hier in dieser liste immer voll untergeht weil das überhaupt nicht richtig mal da muss ein alarm hier komplett kommen und ein countdown müsste durchlaufen damit du auch wirklich siehst da geht da ist eine invasion hier in dieser blöden liste geht das alles immer voll unter da checkt man das immer nicht so ganz manchmal da übersieht man das voll schnell ist doch kacke dass du die nicht anpumpen kannst ja also normalerweise als firma wenn das geld knapp wird du hast zwei möglichkeiten eigentlich hast du sogar mehrere dazu eigentlich drei möglichkeiten du hast die möglichkeit kredit aufzunehmen wenn dir die bank keinen kredit gibt hast du die möglichkeit kapitalerhöhungen zu machen wenn du an der börse notiert bist kannst du sagen gibt es weitere aktien aus machst halt angepasst halt gibt es halt aktien aus oder du schaust halt dass du ein investor bekommst der in deine firma investiert noch so diese möglichkeiten hast du und dann kannst du dich ganz locker mit frischem kapital versorgen warum machen die das nicht frage ich mich total schwachsinnig total schwachsinnig starte jetzt die mission hier kann ja alles nicht wahr sein verlinken und hier noch einen hinschicken jetzt ich schicke jetzt einfach irgendwen oder drei forscher mitnehmen also die ärzte zu hause lassen da niemand geheilt wird doof gelöst die ärzte müssen schon mit weil das mit den heilen das bringt glaube ich schon was manchmal kommen die wenn die verletzungen haben in diesem feed ziehst du das ja links immer wenn die miteinander kommunizieren also wenn die mit uns kommunizieren siehst ja manchmal dass die verletzt werden wenn bestimmte aktionen aus wenn du dann sagst heilen auf der mission dann kommen die dann gesund wieder zurück ansonsten würden sie ja in der krankenstation liegen verletzt und würden ewig nichts machen können und so sind sie halt gleich wieder einsatzbereit das ist schon sinnvoll aber die soldaten sind halt völlig sinnlos wir haben es ja gerade wieder gesehen die aktion mit dem soldaten hat nichts gebracht die soldaten müssen wir eigentlich rausnehmen aus den teams die sind auch sinnvoller eingesetzt wenn sie in der station auf die invasionen warten das problem ist halt dann leveln sie nicht so schnell wenn sie nicht auf mission gehen dann kriegen sie nicht so viele xp dann sind sie länger auf stufe 1 und so und das ist halt auch schlecht bitte kommen bitten um erlaubnis zu einer kletterexpedition aus aufzubrechen was warum md 398 scheint keinen himmel zu haben über uns ist ein zweiter boden erlaubnis erteilt packt die steigeisen aus je höher wir steigen umso genauer werden unsere messungen ausfallen eine spannende entdeckung ja das muss ich das mal machen a sec break hat noch gefehlt ich glaube ich bei den nächsten missionen nämlich also ich glaube beim nächsten durchlauf das schaffen wir jetzt eh nicht mehr dass wir das noch umdrehen beim nächsten durchlauf nämlich glaube ich dann die soldaten aus den teams raus würde ich sagen dann haben wir immer zwei vor minus 2300 es wird eng es wird eng es wird eng meine lieben freunde es wird sehr 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 eng was ist mit beatrus los da warum heilt den denn keiner wir stehen jetzt auf dem gipfel des höchsten berges puh das war eine ganz schöne kletterpartie die aussicht ist atemberaubend dem umgekehrten boden sind wir ein ganzes stück näher gekommen wie ist das überhaupt möglich 88 prozent jetzt wo wir näher dran sind hören wir ein leises summen fast wie von motoren ob der boden künstlich in die schwebe gehalten wird beschreibt den boden es ist eine perfekte kopie des bodens auf dem wir stehen achte meine güte bei genauerem hinsehen ist auf dem gipfel des umgekehrten berges ein zweites team zu erkennen die stehen ganz nah oben und dann ist das ein spiegel erstkontaktprotokoll einleiten aber das ist bestimmt nur das team selber und die spiegeln sich bestimmt beginnt kommunikation sie antworten unglaublich ein großer schritt erhalt moment falscher alarm was ist passiert das ist überhaupt kein anderes team der umgekehrte boden ist nichts weiter als ein gegner sei ich mir fast gedacht ein gigantischer spiegel der komplette planet ist davon umschlossen wir sollten zu unseren eigenen spiegelbildern kontakt aufnehmen wir wollten zu unserem eigenen ups ich frage mich wozu der spiegel dient oder diente auf mich wirkt er wie eine dyson sphäre du weißt schon das hypothetische konstrukt mit dem die energie eines sterns oder schwarzen lochs oder hier eben eines planeten eines planeten wie soll man mit einer dyson sphäre die energie von dem planeten nutzen oder vielleicht sollte der spiegel den planeten beschützen das ist schon eher plausibel würde ich mal sagen darüber könnt ihr während eures restlichen einsatzes zinieren erkundung fortsetzen was jetzt ist auf einmal minus 7000 was jetzt los wo geht das so schnell jetzt hallo also ich weiß nicht auf einmal ist ein quartal fünf sekunden lang irgendwie verstehe ich nicht und die räume nur so weit wie nötig ausbauen ausgraben aber nicht ausbauen ja ich merke schon dass hier zum beispiel beim unterhaltungsraum das war einfach viel zu viel hier da habe ich viel zu viel fläche benutzt noch die krankenstation die ist eigentlich zu groß und auch das labor ist eigentlich zu groß es reicht eigentlich zwei spezies behälter und ein analysetisch warte mal den hier können wir auch okay da haben wir wieder keine proben bekommen hervorragend den können wir gleich verkaufen hier der bringt eh nix ach mensch 4000 haben wir noch und keine probe bekommen ganz toll und der beatus wird nicht geheilt du hier du gehst jetzt mal hier raus und halt mal jetzt den beatus ich check es gerade nicht was mit dem los ist muss mal gucken was ist mit dem los was hatten der verletzt ja dann brauche ich da irgendwie noch ein op-tisch oder was ich habe keine ähnliche leisten kann ich vergessen ne invasion natürlich gut dann kann ich jetzt eh nichts machen in zwei stunden kommt ja hier das an wenigstens eine dinge eine probe immerhin aber das bringt nichts das ist nur ein tropfen auf den heißen steinen das ist eine alien probe oder ja das ist eine alien probe vom verbannungscontainer nicht schlecht wisst ihr was bei den soldaten einfach viel sinnvoller wäre wenn die soldaten einfach nie auf ihre posten gehen sondern immer nur dann wenn wirklich auch aliens durch das tor kommen ansonsten können sie ihre bedürfnisse befriedigen einfach und einfach chillen und einfach irgendwas machen aber halt einfach in dem moment wo aliens kommen einfach alles stehen und liegen lassen und einfach dahin gehen ich glaube das wäre am schlausten eigentlich da müsste man das auch nicht micro managen wenn die einfach wirklich dann sagen okay jetzt ist angriff jetzt ist egal ob ich müde bin essen muss oder hast du nicht gesehen er hatte ein gebrochenes bein ja was mache ich denn dann anscheinend wird er ja nicht geheilt dann na toll jetzt kommen die aliens und da stehen nur zwei leute okay zackbrack geht wenigstens noch mit hin 344 aliens und drei leute stehen auf posten toll kann man gleich knicken glaube ich sie kommen jetzt durch sehr schön so jetzt holt euch die anderen da noch ja genau zerstört meinen großen generator hervorragend schießt 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 sie so auf den er der anna da der da mit den großen der den großen angreift man jesus christus aber immerhin ist keiner verletzt soweit ich das beurteilen kann ja und atensi kommt jetzt erst zum dienst hervorragend war irgendwas was ist denn hier für eine aufregung vor allem ist auch geil wie alle anderen einfach normal weitermachen wenn alien angriff ist und sich da überhaupt nicht dafür interessieren und einfach mal einfach mal machen und tun jetzt fehlt uns ein bett oder und beatus kriegen wir halt nicht mehr geheilt viele fragen sich warum die wachposten in die falsche richtung schauen weil sie dem elend nicht ins gesicht sehen wollen deswegen wollen das elend nicht sehen das auf sie zukommt willst du das elend sehen das auf dich zukommt ich würde mir umdrehen ohne witz so wie kaputt sind jetzt wieder natürlich wieder total kaputt und er hier wird nicht behandelt warum auch immer was versteht da braucht eine op ja wie aop kapsel oder was ja kostet nur 15.000 schön dass ich kein geld bekomme von irgendwas kann das sein dass wenn beatus ausgenockt ist genau warte mal da macht nämlich auch keiner mehr hier da macht nämlich auch keiner hier mehr die patente das ist nämlich auch schlecht wunder mich schon die ganze zeit warum hier nichts los ist also ihr meint ich soll die so hinstellen das ist aber irgendwie schwachsinnig die kommen doch von hier und stellen sich dann dahin und gucken dann aber in die richtung oder was auch irgendwie so verwirrend ist das überhaupt wichtig das ist so die andere frage wirkt sich das überhaupt aus aber im vergleich zur letzten session dämpfst du die pleite ganz gut ab ja aber das ändert nichts am unvermeidlichen ich krieg keine weitere geldquelle ist schon vorbei ich krieg keine weitere geldquelle meine teams sind ständig ausgenockt es stehen keine medikamente zur verfügung das patent wurde angemeldet na endlich wenigstens das wenigstens das aber es ist nur ein tropfen auf den heißen stein eigentlich kannst du neu starten ich will jetzt noch mal probieren warte mal wir nehmen jetzt mal die kaputten leute die nehmen wir jetzt mal raus oder warte wir haben ja noch ein team was nicht was nicht völlig kaputt ist hier nehmen wir mal den sack break jetzt raus warte mal machen wir dazu nehmen den mal daraus immer einen wissenschaftler noch rein am besten hier den itzelfinch nehmen wir da jetzt nämlich noch mit rein dann können wir nämlich mit dem team noch mal was preisen jetzt wir nochmal probieren jetzt haben wir da noch eine möglichkeit hier irgendwo hier haben wir noch eine möglichkeit neuer einsatz und dann macht das mal mit bergator 1 immerhin es kann gestartet werden und dann noch einen einsatz mit hier unten geht auch nichts mehr hier geht da noch was ne da geht auch nichts hier warte mal hier hätten wir noch eine möglichkeit neuer einsatz und dann macht man mal was war das jetzt wen habe ich jetzt ausgetauscht ich vergesse das auch immer wen hatte ich jetzt noch mal wer kann jetzt team gelb war das genau das ist so neuer einsatz team gelb starten ist ja auch alles unübersichtlich finde ich ja das muss man auch sagen die übersicht man weiß manchmal gar nicht warum bestimmte leute nicht auftauchen das steht dann meistens immer irgendwie rechts da drin aber das scrollt halt da scrollt hat so viel durch an meldungen dass das teilweise nicht mehr da steht auch dann weißt du das nicht woran das liegt du checkst es halt nicht und dann wunderst du dich warum stehen denn jetzt nur zwei leute am geld und warum nicht alle so wo ist jetzt der letzte der noch fehlt wer ist das überhaupt wer fehlt da jetzt noch da kommt mir fehlt eine meldung wo dann steht also wo einfach hier oben drüber steht wo einfach da steht das team blau oder was auch immer sammelt sich am stargate ist die und die leute sind da und der fehlt noch so und der ist deswegen nicht da damit man sofort sieht okay warum sind die denn eigentlich nicht vollständig warum warten die denn eigentlich noch und dann gehört eigentlich noch mal eine richtige offensive meldung dahin von wegen die sind durchs tor gegangen sind jetzt am start und machen das jetzt ja gut das gibt es ja hier so ein bisschen halt minus 1455 wir schaffen es gerade so wieder ins plus glaube ich aber das bringt nichts wir rasseln immer weiter nach unten das patent ja jetzt sind auch die patente ausgelaufen geil 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 kein geld für die geräte ja ich habe ein ingenieur eingestellt ich kann ja keine werkstatt bauen die kostet ja gleich 45.000 nur für den raum und dann noch die geräte die brauche ja auch noch ein exemplar ob bitte 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 lass es mal was gutes sein man das ganze team ist krank na toll wir wissen auch nicht was los ist ich glaube ich muss mich übergeben diagnostiziert und behandelte kann ich sage ja die ärzte sind schon nützlich ich muss mich erst mal ausruhen hoffentlich kein virus die ärzte sind schon nützlich auf den missionen definitiv also ein arzt sollte immer dabei ist ja auch bei star trek so wenn die da eine außeneinsatz hinschicken das ist auch immer mindestens ein arzt dabei da muss ja auch feststellen erst durch im weil wer soll das denn sonst feststellen wenn nicht der arzt so wer geht da genau das gesamte team inklusive mir habe ich untersucht wir haben bauchschmerzen weil wir uns so oft übergeben mussten dagegen habe ich uns ein mittel gegeben die symptome sprechen gegen ein virus es sind eher schwindel anfälle und ich weiß auch woher sie kommen ich höre schuld sind tektonische platten sie bewegen sich auf diesem planeten richtig schnell so schnell dass irks gewissermaßen ihr seh krank werden unser innenohr spielt verrückt was für eine interessante entdeckung bleibt dort und untersucht das phänomen na klar okay was sollen wir machen analysiert sämtliche mineralien bord in das erdreich mineralien untersuchen genau erledigt wir gehen jetzt wir haben alles was wir brauchen gute arbeit team verletzte versorgen genau das ist nämlich dieses verletzte versorgen wenn die das vor ablauf der mission noch mal machen dann kommen die nämlich gesund zurück glaube ich und nicht krank dann wird die krankenstation entlastet nicht mal den op-tisch kann ich mir noch leisten ah ja day raider wurde geheilt itzil finch wurde geheilt weitermachen erkundung fortsetzen sehr schön 19 stunden dann kommen sie wieder haben sie das jetzt mal hier analysiert exemplar hier beeilt euch mal hallo oh gott wie lange das dauert bis dahin sind wir schon pleite glaube ich verletzt nicht haben sie mitgebracht nicht und verletzt sind sie auch auch kommen junge junge weißt du die krankenstation wird mehr besucht als die spielhalle jetzt müssen sie schon warten hier anstehen oder was wenigstens in zwei betten frei sie sind alle gesetzt nicht versichert die kommen alle ins gemeinschafts zimmer rein es wird wieder nichts ja ich glaube es wird wieder nichts aber ich habe diesmal länger durchgehalten als beim letzten mal wenn sie mal wenigstens hier schneller dieses exemplar allerdings hier mal analysieren würden dann könnte man ja wenigstens mal noch ein patent machen was vielleicht auch mal was bringt ärzte in team ja genau mit termin aber in team mit termin ganz wichtig ohne termin nix in team der arme beatus liegt da jetzt weil er sich bein gebrochen hat und nicht operiert werden kann das ist ja auch so eine hochtechnisierte technologie einfach eine beinschiene zu machen wenn das bein gebrochen ist da muss man einen spezial tisch haben um das zu machen kann ich einfach irgendwie was nehmen und einfach eine schiene draus bauen nein das geht nicht das geht nicht wieder nicht analysiert man itzel finch hat diagnose schlafmangel erhalten heiko bär unter ernährung und schlafmangel junge 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 schmeißt den beatus doch raus ja aber der ist level 6 da muss ich ja wieder neuen von 0 auf hochleveln das ist ja bescheuert meine mitarbeiter sind doch assets die kann ich doch nicht einfach ausschmeißen so jetzt hier mal durch ich werde ich dieses patent machen jesus christ ich will wenigstens mal wissen was es dafür gibt los zieh 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 komm schon jawoll und was haben wir ankommen toll ganz toll ja machen wir das mal 2000 weißt du wenn du wenigstens mal auch ein seltenes exemplar mal bekommen würdest wenn du schon was besonderes findest irgendwie dass du mal auch ein teures patent mal machen kannst wo auch was bei rumkommt und nicht immer nur diese kleinen almosen dinger da weiß ich nicht das ist auch irgendwie so total nicht gebalanced du müsstest halt die häufig also je weiter du auch dich ausdehnst müsstest du halt immer seltenere sachen finden eigentlich aber gefühlt findet man immer nur billig billig sachen billig patente hier so ich schicke jetzt per gator 1 noch mal los wie halt moment werde jetzt zwei moment bevor wir die los schicken aber genau ich habe eine idee moment ich muss mal das team noch mal anders zusammenstellen hier warte mal wer geht da 1 wo ist denn das hier genau atensi kommt da jetzt mal raus wir nehmen jetzt da mal den ingenieur mit rein der gator 1 genau dann haben wir zwar jetzt den durchschnittswert runtergezogen glaube ich aber wir können jetzt mal dann zu dieser einen mission wo die ärzte gemacht werden gefunden werden können genau warte mal hier jetzt dann aber das wenigstens auch schon mal gemacht erfahrung 100 verletzungsrisiko 40 prozent na super das ist egal ich bin mal gespannt ich will das jetzt mal wissen in zehn tagen ha 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 beginnt eine invasion aber das ist egal wir haben ja jetzt die soldaten in der base gehalten genau die bleiben jetzt erst mal hier aber wer ist denn da eigentlich zackbrek und zackbrek muss noch geheilt werden wahrscheinlich scheinen sie jetzt wieder genau den falschen wie sie da sich unterhalten und die arbeit nicht erledigen man sollte vielleicht auch einfach mal dafür sorgen dass dieses blöde patent mal erstellt wird damit wir geld kriegen ich bin auf mission ach so bergator 1 na da ist da was bei rumgekommen meldet sich der planer lt 400 der bläser 1 der einöde monoton ist nicht so weit das auge reicht jetzt wäre wohl ein guter zeitpunkt für eine existenzielle krise irgendwas muss doch da sein wir wandern durch tundra und der marsch nimmt kein ende der himmel ist wolken verhangen hier und da glimmen kleine funkelnde etwas wie sterne oder eben aber eben am boden ja nimm mit wenn ich so drüber nachdenke sieht es eigentlich sogar schön aus nimm mit dann wisst ihr doch was ihr erforschen könnt ja okay ja okay dann marschieren wir mal weiter und melden uns sobald wir was aus dem nächstgelegenen gefunkel nähern ja was das denn für eine motivation haltet euch nicht lange auf in der ödnis seid ihr ungeschützt diese forscher sind echt komisch ja das ist ja klitzert was auf dem boden aber ich weiß nicht ich glaube ich nehme doch lieber nichts mit ich glaube das ist mir zu anstrengend irgendwas mitzunehmen ich glaube das ist auch völlig uncool eigentlich was da liegt es ist ja nur ein alien gestein auf einem anderen planeten was noch nie jemand zuvor gesehen hat aber ich habe eigentlich keine lust das aufzuheben mir ist eigentlich kalt und ich will eigentlich nach hause und ich will eigentlich will ich lieber let's dance spielen in der spielhalle ich meine ich weiß als gater ist man viel auf den beinen aber nach dem marsch bin ich weißgebadet ich sollte auf der erde wahrscheinlich mehr bergtouren unternehmen oh sorry hier ist der 90er ich habe ein gutes stück tundra durchquert und wir stehen jetzt vor einer ganzen ansammlung dieser ja nimm mit was bedeuten diese guten neuigkeiten die oberfläche des planeten ist schroff steine und geröll sind allgegenwärtig aber hin und wieder blinken darunter klumpen eines funkelnden edelmetalls auf selbst in den düstersten riesigen lichtverhältnissen leuchten sie wie sterne im schein unserer lampen blenden sie uns förmlich ich wette wenn wir sie in der werkstatt analysieren stoßen wir auf eine wertvolle chemische verbindung das dürfte uns das komitee vom hals halten übrigens wir glauben dass es sich bei dem geröll um überreste eines asteroiden handelt der auch das metall auf dem planeten gebracht hat der steile hang den wir vor zwei tagen hinab gestiegen sind hat uns geradewegs in einen riesigen tundra bedeckten krater geführt besser ein alter krater als ein im fall begriff einer asteroide was denn nun los sagt mir nicht dass ihr unter einem fall begriffenen asteroiden steht erst ist es uns aufgrund der tiefen wolkendecke nicht aufgefallen aber jetzt ist es unverkennbar ein weiterer asteroide rast auf uns zu als hätte der planet den zorn gottes auf sich gezogen uns bleibt nicht viel zeit eine probe von dem seltenen glitzernden edelmetall zu nehmen über das wir schon die ganze zeit während wir auf diesem planeten sind hinweg schreiten hier spricht team bergeter unterwegs auf etc eine probe von dem edelmetall zu nehmen während ein asteroid auf uns zu rast es war gut dass wir uns vorhin auf den anraten hin beeilt haben die tundra zu durchqueren so bleibt uns jetzt genug zeit ja dann mach halt wir konnten ein kleines stück metall ergattern los mach haut ab ja nein die haben wir ja nichts mehr doch 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 ich hab nichts gesagt der ingenieur hat eine erzprobe dabei aber es bringt uns nichts weil wir keine dings haben keine werkstatt okay dann war es das jetzt glaube ich ich glaube nicht dass wir das noch rumkriegen jetzt da kommt ein asteroid auf uns zu lasst uns noch ein bisschen telefonieren vorher ist klar ne großer gott nochmal oh nein oh nein die aliens hat die auch noch nein die aliens kommen die aliens mal sehen wie viele aliens wie viele aliens wie viele aliens Alarm wie viele 1 2 3 4 4 schon wieder 4 gewinnt hoffentlich nicht und neadira hat erstmal geht erstmal chillig zum waffenschrank hat tensig auch nein erschießt sie doch na einer ist wieder durchgekommen hier nein 2 sind durchgekommen mach doch mach doch los 2 verletzte 2 verletzte die pfeifen machen wahrscheinlich tik tok videos auf dem planeten oder so ja entweder tik tok videos oder die essen den ganzen tag tik tok man weiß es nicht tik tok und tik tok jetzt kündigen sie eh gleich jetzt war es das das war es das war es vorbei aus und an dieser stelle endet diese folge exo gate initiative wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da schaut auch gerne mal in die anderen videos rein die hier an dieser stelle verlinkt sind oder abonniert meinen kanal und aktiviert die bär nachrichtigungen damit ihr kein video mehr verpasst denn es kommen täglich videos nicht nur zu exo gate initiative sondern auch zu anderen projekten und let's plays ihr könnt auch gerne im epic store mit meinem creator tag spielbär mit ae spiele kaufen da wird es zu euch nicht teurer aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen anteil am kauf preis und das ist eine sehr coole unterstützungsmöglichkeit für den kanal vielen lieben dank wenn ihr das schon gemacht haben solltet und dann sage ich danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video bis dann ciao ciao oh